moin moin und willkommen zurück zu banished wir sind wieder drin alles sieht soweit bis hierher bis hierher ich will mich nicht gleich wieder zu weit aus dem fenster legen aber es sieht soweit tatsächlich ganz gut aus wir haben es bisher sehr gut unter kontrolle und bodenraum ist da wir haben vernünftige nahrungsversorgung die diesmal auch funktioniert der absolute carry gerade im grunde schon vom early an hier unser fischer richtig nice gar nicht gedacht in dem letzten ran hatten wir ja wirklich probleme damit wir hatten ja hier nur kann ich das irgendwo sehen wir hatten ja bloß einen kleinen mickrigen fluss haben daran dementsprechend gebaut weil wir nichts anderes hatten und das hat uns auf jeden fall absolut gar keine punkte gebracht jetzt sind wir hier haben soweit ich sehe alle nötigen versorgungen darunter auch medizin hier durch den herbalisten das kann schon ganz gut gehen haben bis dato auch nicht angefangen oder auch nur im geringsten den gedanken daran verschwendet hier gebäude einzureißen da sollte man auch wirklich sehr sehr vorsichtig sein haben wir gemerkt übertreibt man es dann gibt es eine große katastrophe also müsste man im grunde erstmal viel material besorgen bevor man auch nur kleinigkeiten in seiner city überhaupt 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 abreißen kann oder auch nur im geringsten daran denken sollte um jottes willen ist mit vorsicht zu genießen jetzt haben wir einen rundgang gemacht jetzt fangen wir wieder an zu daten so wir bringen erstmal ein paar befehle raus hier zu pellen das ist immer gut aktuell haben wir jetzt nicht wirklich viele kleine arbeiter also arbeiter für kleine tätigkeiten aber wenn ich mir jetzt unsere schule anschaue hatten hatten wir bis eben noch zehn studenten das heißt die arbeitskräfte die hier jetzt entstehen sind auch noch äußerst effizient weil sie halt gebildet sind und das ist tatsächlich unnormal gut werkzeug haben wir den kleidung ist in der mache obwohl unser jäger wie man es halt vom jäger hier in diesem game gewohnt ist echt am abstinken ist also ich es ist wirklich so wenn ihr die möglichkeit habt durch einen trader ein tier reinzubringen was leder produziert in der schlachtung ich glaube das müssen rinder müssten das gewesen sein schweine müssen das gewesen gibt es überhaupt schweine in diesem game gottes willen ich habe ja so gar keine ahnung aber so ist der stand dass man sich bloß nicht auf den jäger verlassen muss bei der leder produktion oder leitungsproduktion man könnte auch ganz auf leder verzichten und sagt jo dann holen wir uns halt schafe und machen alles aus wolle das ist natürlich auch eine gute gängige variante so jetzt werden wir erstmal das personal anstauen lassen aufträge sind genug raus naja erstmal muss hier ordentlich freigeräumt werden wir können hier schon mal die wege erweitern so das erspart unserer bevölkerung natürlich auch den ein oder anderen laufweg der trader sollte möglichst schnell durch sein wäre mir ein bedürfnis holz haben wir hier genug der woodcutter hat ordentlich zu tun obwohl ich stark behaupten möchte dass einer mittlerweile zu wenig ist ich werde einen zweiten woodcutter hier installieren und das machen wir haben wir das hier einfach ja kompass auf der taum wir direkt neben den förster dann ist er genau an der holzquelle ja mal hier wird hin transportiert hier natürlich auch das ist schon ganz gut ich denke mal damit können wir arbeiten es ist schön dass immer sehr viele werkzeuge produziert werden werden wir jetzt hier noch auf 250 erhöhen einfach nur weil wir das dann als handelsware verwenden werden und eigentlich auch brennholz aber naja so viel haben wir dann wohl doch noch nicht so mit unserer expansion hier die gerade vonstatten geht sollten wir auch darauf achten damit wir wenigstens ein wenig nahrung nachziehen hier oben ist schon was passiert da habe ich schon mal ein zweites fischstock hin platziert ich würde mal sagen ein kleines lager kann in dem falle nicht schaden um einfach mal wieder den gehweg zu minimieren wir wollen nicht dass das personal das produziert auch noch hin und her transportiert das geht dann sofort ins nächstgelegene lager und früher oder später kümmert sich der markt darum materialien zu verteilen so ist meine philosophie zumindest beginnen wir hier schon mal den nächsten häuser block zu planen das machen natürlich gleich sinngemäß wie auf der anderen seite wo ich gerade von ordnung rede jetzt guck dir mal diesen käse hier an einmal verrutscht der ganze mist direkt mit auf der anderen seite immer mal hier guck dir das an brecher die jungen wir bilden auf die idee kommen jetzt müssen wir erstmal das kennst du da hinten und vorne hin naja jetzt haben wir den fehler gemacht jetzt müssen wir den leider fortführen ja was spricht dagegen mal was anders zu machen einfach mal anders sein einfach mal individuell sein dann haben sie halt immer noch so eine hintergasse wo sie sich heimlich zum saufen treffen können so gut das ist schon mal geplant wir müssen aber diese baustellen erstmal stoppen da wir erstmal den handelsposten fertig kriegen wollen denn mit zunehmender bevölkerung wie schon gesagt brauchen wir natürlich auch die nötigen nahrungsmittel um unsere bevölkerung irgendwie durchzudrücken denn der weg richtung 400 einwohner der ist jetzt nicht einfach mal so mit dem fingerschnippen zu erreichen leider da muss schon ein bisschen was kommen hier werden wir noch einen jäger einstellen oder gleich ne einer reicht einer mehr der woodcutter ist in der mache wie sieht das hier aus jawoll trading post in der mache kann dann jetzt gebaut werden und meinetwegen sofort sofort so hier haben wir dann auch die tower hall der markt wie schon gesagt 030 hier ist auch schon ein brunnen fertig warte mal der wird abgerissen weil wir haben sowieso hier ein bisschen platz na warte mal das ist ja ein gebäude so hier ist sowieso ein wenig platz wo war da der brunnen da mussten wir platz lassen sonst hätte es nicht hingehauen boah warte das haut nicht hin das ging doch hier ah weil es ein weg ist oh lego mio naja ok na dann machen wir das hier halt ein bisschen anders ja muss so sein was willst du machen schade naja lassen wir uns davon nicht abkühlen dann schließlich ist unser handelsposten bald fertig jawoll und da freuen wir uns drauf endlich handeln endlich anderen leuten die wir nicht sehen unseren müll andrehen jawoll marketing beste so ah währenddessen wird natürlich reichlich kaffee gereicht wie es sein muss und jetzt werden wir hier erstmal pausieren und sagen was hier verkauft wird ihr könnt schon mal ordentlich werkzeuge rein schiffen gehen wir mal erstmal auf 150 wir haben 160 auf lager ich möchte nicht dass die bevölkerung im schlimmsten fall noch ihr werkzeuge ablegen muss nur damit die verkauft werden fällt aus wegen bodennebel sollte klar sein dann werde ich mir erlauben 400 fisch rein zu legen dann werde ich mir logischerweise das feuerholz erlauben ganze 200 haben wir noch irgendwas was wir jetzt hier gleich reinschmeißen könnten was nicht gleich weh tut vor allem da kommen 100 herbs können wir nehmen sagen wir mal 60 so viel haben wir ja auch wieder nicht eigentlich klamotten aber wir haben keine die sind noch wertvoller als werkzeug naja machen wir erstmal macht mal erstmal natürlich muss hier dann auch dementsprechend gearbeitet werden wir müssen einen einstellen der sich denn darum kümmert so und jetzt sind jetzt die bauarbeiter erstmal joa ab jetzt los jawoll immerhin ein paar abschüsse wollen wir mal nicht so viel meckern wenn ich jetzt einen bevölkerungsstopp beanlassen könnte um alle gebäude hochzuziehen wäre das der hammer das geht aber nicht kann jetzt der bevölkerung nicht sagen jetzt ist sie vorbei mit freutes spielchen dann hast du nicht gesehen fällt aus geil nicht ach guck mal hier unten hier ist auch noch eine baustelle soll ja ganz vergessen da ist noch ein Förster der für Holz sorgen soll auch hier werden wir gleich mal vernünftigen äh Pflastersteine lang ziehen auch für die geschwindigkeit der bevölkerung ihr wisst ihr wisst Laufgeschwindigkeit um Gottes willen so erstmal wieder Winter wenn man die Zeit verrennt in diesem Spiel ne also das würde ich gerne mal anders scalen wenn das möglich wäre aber ist nicht hm da habe ich wohl versehentlich was gedoppelt da entsteht noch ein Woodcutter das kommt davon wenn die Aufnahme schon wieder ein Stück her ist ne ich hätte den gerne hier unten das würde mir mehr gefallen gucken wir mal wann der erste Händler hier meint anzutraben so so mit O hier beginnen wir mit dem Ausbau des eigentlichen Dorfzentrums welcher natürlich beliebig erweitert wird und die Frage ist halt nur in welche Richtung ne das ist das ist die Frage die wir uns hier stellen müssen oh zack da kommt schon das erste Haus wunderbar und da wo eh ein Haus entsteht muss ein anderes abgerissen werden verbrauchen wir es uns? soll man es uns erlauben? ja ich weiß es nicht ich habe da so vielleicht einzelne Gebäude der hat sie schafft der konnte umziehen hier haben wir zwei Weibchen zusammen das fällt aus so und dann kommt ihr auch gleich wieder werdet ihr gleich wieder irgendwo eingegliedert sehr gut sehr gut ja wir sind ich mache das vorsichtig nach und nach lieber diesmal ne ich habe keinen Bock der Start ne der gefällt mir richtig gut mir gefällt ne die Map halt auch richtig gut die will ich nicht aufgeben das ist super hier mit diesem großen See naja für mich so als Wasserliebhaber als Hobbyangler für die Bratpfanne wohl bemerkt ist Wasser natürlich essentiell ist so kein Wasser keine Freude war schon immer so sinngemäß ist das gleiche mit Kaffee so wir haben hier noch Träger wir brauchen jetzt mehr Bauarbeiter legt mal los dass ihr auch die Kiste hier abgerissen kriegt Ich will hier nicht sehen, dass hier irgendwie obdachlos ist oder so eine Kacke. Da werde ich wild, ne? Da kriegt er doch schon schlechte Laune. Und das hier oben wäre natürlich wahnsinnig wichtig, wenn ihr das mal durchziehen könntet. So, die nächsten Leute können geschmissen werden. Klingt komisch, ist aber so. Raus mit euch. Da sind sie. Nice. Ihr müsst aber bedenken, dass ihr euch jetzt neu ausrüsten müsst mit jeglichen, also Verbrauchsmaterialien. Feuerholz, ETC, ne? Ist wichtig, denkt dran. Sehr, sehr schön sieht das hier aus. So, bis jetzt noch keinen Händler gesehen. Ich hoffe, der kommt hier auch so lange düst. Und im Grunde kommt er hier an und da raus oder so. Und ich weiß jetzt nicht, ob er hier die Biegel fährt. Es kann nämlich sein, dass wir, dass unser Handelsposten wirkungslos ist. Klingt komisch, kann aber durchaus sein. Und das wäre Mist. Aber wir beobachten. Ansonsten muss der wirklich hier im unteren Bereich hin. Und im allerschlimmsten Fall wirklich hier an diesem Fluss. Ich meine mal, ich habe auch schon Händler gesehen, die auf See gefahren sind, um dann hierher zu kommen. Keine Frage. Aber gerade sind wir außerhalb von der normalen, standardmäßigen Fahrroute. Und das kann sich negativ auswirken. Wir prüfen und testen das natürlich. Gut, Leder ist am Start. Minimal könnte mehr sein. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich noch einen Jäger hin platzieren sollte, da ich schlecht beobachten kann, wo die ganzen Viecher wirklich hintraben. Auch hier unten werden wir für einen Lager sorgen. Ja, Stockpile-Lager natürlich. So wie wir es hier gemacht haben, für den möglichst geringen Laufweg. Und ich verstehe halt auch nicht. Ich meine mal, wir haben jetzt Aufträge blockiert. Okay. Und welche, die noch laufen. Wir haben Bauarbeiter an, die sich im Grunde darum kümmern sollen, aber es nicht machen. Ihr könnt eventuell an den Aufträgen liegen, die ich hier verteilt habe, damit erstmal gesammelt wird. Aber ja. Müssen wir alles beobachten. Dann nehmen wir die Bauarbeiter erstmal raus. Die machen ja quasi eh gerade nichts. Weil sich die Aufträge überlagern. Außer den Weg ziehen. Lassen wir mal zwei Stück. Die können hier die Pflastersteine legen. Schließlich sind unsere Einwohner dann sehr, sehr schnell zu Fuß unterwegs. Das ist gut. Können mehr tragen. Können schneller laufen, wenn diese dann gebildet sind. Das ist der Hammer. Und mittlerweile rennen wir auch auf die 50 Einwohner zu. Mega. So war der Plan. Da wird wieder Weg gelegt. Sehr gut. So musste. Ah, guck an. Arbeitsgeräusche hier unten. Im Waldbereich. Der Woodcutter wird errichtet. Beziehungsweise aktuell wird erstmal die Baustelle freigeräumt. von dem ganzen Gemüse, was keiner braucht. Und hier oben sehe ich auch Träger. Guck an. Ja, ihr habt es verstanden. Sehr gut. Sehr gut. Die Arbeiter waren wohl tatsächlich noch damit beschäftigt. Erstmal die Befehle hier auszuführen, Dinge abzubauen. Man muss nämlich immer bedenken, dass die Aufträge, die ihr vergebt, die werden quasi in einer Liste angeordnet. Oh, ihr könnt hier die Priorität erhöhen, die ist gut zu wissen. Ich dachte nämlich eins, das geht nämlich gar nicht. Wobei gerade Auftragsliste genau, die nicht einsehbar ist, will ich behaupten. Ja, ist nicht einsehbar. Und die wird dann natürlich erst nach und nach abgearbeitet. Muss man wissen. Und darunter zählt natürlich dann auch dieses ganze Abbausel hier. Wir haben das vorhin hier erst erweitert. Ein wenig, das manuelle abbauen. Aber dann ist das hier erst passiert. Wichtig zu wissen. Zwei mehr Fischer werden erstmal eingestellt. Maximal können wir jetzt achten. Nehmen wir aber erstmal sechs. Seid ihr gebildet? Ja, ist er. Er nicht. Also einer von beiden wird natürlich angeln. Wie ein Unmensch. Und der andere halt nicht. Nicht so viel. Gut, gut, gut. So. Jetzt haben wir das. Soweit läuft es hier. Wäre mir ein Bedürfnis, wenn der Woodcutter noch möglichst schnell fertig wird. Ich denke, das ist jetzt der Auftrag, der priorisiert wird. Gott sei Dank. Das ist das Gute. Wir hatten noch keinen Händler. Das ist schlecht. Ich kann auch nicht sehen, ob das connected ist. Oh, 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 es funktioniert. Guck mal, da schüppelt der Händler gerade an. Gib uns Ware. Hab bitte Saatgut für Nahrungsmittel dabei. Oder, was auch nicht schlimm wäre, ein, zwei Rinder. Die würde ich natürlich auch mit Handkuss nehmen. Jetzt machen wir das Gamer, wie er hier auch ranzleidet, ne? Schauen wir mal. Zeig uns deine Waren. Wir wollen traden. Er hat warme Kleidung dabei. Steine. Und Holz. Also nichts, was wir brauchen. Wir können jetzt sagen, pass auf, wenn du das nächste Mal hierher kommst, dann bring folgende Sachen mit. Tiere kann ich leider nicht an... Äh... Was wollte ich gerade sagen? Äh, Tiere kann ich leider nicht anfordern, aber ich kann Saatgut anfordern. Wir wollen gerne Korn und Potato erst mal. Was davon krass ist und was nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Korn finde gut. Mais und Kartoffeln. Kartoffeln sind immer gut. So. Bestellung ist raus. Ich bin ja kein Unmensch. Wir kaufen trotzdem die komplett warme Kleidung, ne? Fürs Volk muss man das schon mal machen. Traden und raus mit dir. Vergiss unsere Bestellung nicht. Korn und Kartoffeln. Mais und Kartoffeln. Tüften. Karüm und Toffeln. Wo rennst du denn hier mit deinem Fisch hin? Boah, Jakob. Oh, ein Lager voll, ne? Gut, gut. Immer noch nicht abgebaut, aber immerhin ausgeräumt. Darum kümmern sich auch die Bilder. Dann ist der zweite Woodcutter fertig. Der muss sofort besiedelt werden. Gott, äh, besetzt, mein ich. Und er kann ja natürlich gleich richtig loslegen. Oder sie in dem Falle. Äh, mach mal richtig hier. Hartgas macht sie jetzt. Sehr schön. Es ist schließlich schon Herbst. Mitte Herbst. Und wir wollen natürlich den Winter überleben. Und einen warmen Winter haben. Also ihr in euren Häusern wollen einen warmen Winter haben, zumindest. Wir brauchen Eisen, Stein. Die Befehle geben wir ja mal raus. Eisen und Stein ist natürlich das, was nicht einfach mal so nachwächst. Macht irgendwo Sinn, oder? So, dann mal alle ran. Zack, 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 zack. Die Sonne hat mir. Seht zu, macht fertig. Um den günstigsten Fall würdet ihr mir auch mal die Gebäude da einreißen. Aber wo sind denn unsere Bauarbeiter unterwegs? Sie können ja nur oben sein und das Lagerhaus zusammenzimmern. Na guck, da sind sie. Lob und Anerkennung. Das Lagerhaus ist fertig. Die Fischer müssen jetzt nicht mehr bis, weiß ich, wohin rennen. Das wird schon. Jetzt können wir schon mal hinphilosophieren, wo wir anfangen, in die Felder zu errichten. Ich denke mal, das wird hier im nördlichen Bereich passieren. Hier sehe ich ja noch alles so mit City so ein bisschen. Naja, die 500 Einwohner wollen natürlich untergebracht werden. Hier haben wir so ein bisschen Waldklimbim. Ich würde es fühlen, hier noch einen Jäger hinzuballern. Machen wir einfach mal. Wir haben hier eine ziemliche Entfernung. Komm, wir bauen hier auch gleich mal ein Lagerhaus hin. Lagerhaus. Meinetwegen. Aber noch einen Sammler. Na. Hier. Wiener geht ohne, Mensch. Alles fürs Volk. Gut. Soweit, so gut. Jetzt können wir mal ein paar Bilder einstellen hier, dass hier mal ein bisschen was voran geht. So, Woodcutter. Ihr müsst mal ein bisschen mehr Gas geben. Ich sage halt Union, aber ist so. So. Ich freue mich, dass... Oh, hier, guck mal, da ist was passiert. Die sind jetzt abgebaut worden. Wurden abgebaut, so. Und wir sagen jetzt hier, der nächste Block darf entstehen. Und dazu auch der Händler. Na, damit wir jetzt endlich Tragepersonal haben. Gängiges, nützliches Tragepersonal. Kannst du ja, denn meinetwegen noch mehr sammeln. An mir soll's nicht liegen. Na, guck an mir, wie du schon gearbeitet hast. Auch hier wäre es mir ein Bedürfnis, wenn ihr dann mal die Steine und so weiter rausholen würdet. Ihr habt jetzt hier mal wieder so einen Großauftrag. Denn je mehr Steine hier im Forstgebiet liegen, desto weniger Bäume werden gepflanzt. Und die ganze Bude läuft ineffizient. Wollen wir natürlich nicht. Jetzt soll hier alles laufen, ne? Wie die Sau. So. Jetzt ziehen wir mal auf 10-parer Geschwindigkeit, dass wir hier nochmal im Laufe der Folge hier ein bisschen was schaffen. 3C Minze nehmen wir schon wieder gleich um. Und es läuft. Meine Herren, es läuft. Geil. Ich freu mir. Und das kommt nicht oft vor. Aber wenn, ist es sehr schön. So. Gleich nochmal zwei Förster eingestellt. Einmal in diesem Bereich, selbstverständlich. Und einen in diesem. Die werden, je nach Arbeitsplatzverteilung, werden die gleich aufgeteilt. Unter den Gebäuden. Je nachdem, wie viele ihr habt, natürlich. Das ist klar. Deswegen sind ja jetzt hier nicht vier Schadrinne und hier zwei. Nein, hier sind... Es ist auf 3,3 geteilt. Kann man auch sehen. Könnte ich natürlich auch umstellen. Geht natürlich auch. Aber das brauchen wir tatsächlich nicht. Das ist Quatsch. Das sage ich mal. Das ist Quatsch. Sehr schön. Hier macht er die Hut. Und der Winter ist auch schon wieder rum. War ein kurzer Winter. Zufälle gibt's. Hier wird fleißig gebaut und freigeräumt. Sehr schön. Wie sieht's hier drüben aus? Bild es uns an. Nö, Material fehlt nicht. Das wurde halt nur alles gerade verbaut. Denn... Ist er hier. Dann soll er die Hut sein. Wir spulen weiter. Steine, sagen sie. Na ja, wird er hier unten noch geklopft. Stein und Eisen. Dann gibt's hier einen sehr großen Auftrag. Der wird dann auch zeitnah erfüllt. Ich glaube, erstmal fallen hier noch die ein oder anderen Bäume. Und weg. Zack. Wo die hinhauen, da wächst auch kein Gras mehr, wa? Geil. So muss das. Sehr, sehr schön. Ja doch, ich freu mich. Weil das sehr gut aussieht. Und vor allem... Auch sehr gut funktioniert. Aber hier ist erstmal die Folge vorbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Liken und Abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Wer nischt. Reingehauen und tschü tschü. Tschü tschü.